Warum Präsenzlehrgänge tot sind. In diesem Video wirst du von mir erfahren, warum Präsenzlehrgänge für die Weiterbildung zum technischen Fachwirt und technischen Betriebswirt am Aussterben sind. Wer bin ich eigentlich, dass ich dir das sagen kann? Nachdem ich jetzt mehrere Jahre sehr viele Fach- und Betriebswirte ausgebildet habe und sie erfolgreich zum Abschluss gebracht habe, da ist mir immer wieder aufgefallen, dass diese Präsenzlehrgänge natürlich auch durch die Corona-Zeit am Aussterben sind, aber es gibt da noch ein paar andere Gründe dahinter und die wirst du jetzt von mir erfahren. Also wenn du zum Beispiel eine Weiterbildung in den Präsenzlehrgang machen möchtest, dann ist es ja so, dass du bei einem lokalen Bildungsträger startest und dieser lokale Bildungsträger hat halt mal ein Einzugsgebiet um sich herum, um seinen Standort. Und dieses Einzugsgebiet beträgt halt nur 20 bis 30 Kilometer. Also keiner möchte irgendwie 100 Kilometer mehrmals in der Woche hin- und zurückfahren, nur um irgendwo eine Weiterbildung zu machen. Das heißt, das Einzugsgebiet ist sehr begrenzt. Und dann ist es ja auch so, dass es noch verschiedene Lehrgänge gibt, also verschiedene Weiterbildungen und aus dem Grund ist ja auch die Teilnehmeranzahl für einen Kurs immer sehr gering. Also wir haben das kleine Einzugsgebiet und die geringe Teilnehmeranzahl für diesen spezifischen Kurs, weil es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Und dann ist es so, dass wenn diese zwei Faktoren zusammenspielen, die meisten Kurse bei den meisten Anbietern gar nicht mehr wirtschaftlich zu tragen sind und aus dem Grund finden diese Kurse gar nicht mehr statt bei manchen Anbietern. Und deshalb merkt man schon, dass die Präsenzlehrgänge wirklich am Aussterben sind. Und selbst wenn du dann irgendwie einen Präsenzlehrgang haben solltest, dann hast du halt auch das Problem, dass der Bildungsträger dann das Problem hat, wirklich auch gute Dozenten für diese verschiedenen Fächern zu bekommen. Und dann kann es halt wirklich sein, dass du extrem gute Dozenten hast, aber wenn du jetzt zehn verschiedene Fächer hast, dann kann es sein, dass du zehn verschiedene Dozenten bekommst. Und nicht jeder Dozent ist wirklich immer richtig gut oder hat eine richtig starke Motivation, die Inhalte zu vermitteln oder spricht die Sprache von einem angehenden Absolventen, sondern artikuliert und drückt sich ganz, ganz schwierig aus, sodass man eigentlich nur Bahnhof versteht. Und das ist dann halt auch ein Grund, warum viele unzufrieden sind, durch die Prüfung fallen, das spricht sich natürlich rum und dadurch hin kommen noch weniger Anfragen an die meisten Träger ran. Und das ist dann halt auch ein weiterer Grund hier, warum diese Präsenzlehrgänge am Aussterben sind. Und selbst wenn dann der Präsenzlehrgang wirklich stattfindet, dann hast du praktisch verschiedene Teilnehmer mit unterschiedlichen Erfahrungen in einem Kurs und nicht jeder hat sozusagen das gleiche Lerntempo und hat die gleichen Erfahrungen durch seine Berufserfahrungen. Das bedeutet einfach nur, dass man halt in diesem Präsenzlehrgang, der dann halt sechs Monate, zwölf Monate oder sogar 18 oder 24 Monate geht, da hast du halt alles schön durchgetaktet, das ist schön statisch und wenn du halt mal den Anschluss verlierst, ist es sehr schwierig, da wieder reinzukommen. Beziehungsweise ist das Problem dann halt auch so, dass man so lange ja gar nicht in die Zukunft vorausplanen kann, weil stell dir mal vor, du kannst vielleicht ein oder zwei Wochen in die Zukunft vorausplanen, aber jetzt gar nicht ein Jahr. Ja, du weißt ja gar nicht, was in ein Jahr passiert, wie sich da deine Lebenssituation, deine Lebensumstände verändern und jetzt musst du da dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch und Samstags in den Präsenzlehrgang und jetzt stell dir mal vor, du kannst halt einfach paar Mal nicht, dann verlierst du halt schnell den Anschluss. Das ist halt sehr statisch und das Schlimme ist dann halt, dass wenn du da mal den Anschluss verloren hast, da gar nicht mehr reinkommst und auch demotiviert bist und dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass du die Prüfung erstens nicht antreten wirst oder zweitens, du tretest die an und fällst durch die Prüfung durch und dann ist es halt so, dass dein Kurs, der Kurs hat stattgefunden, du hast dich angemeldet, du hast dich sogar dafür bezahlt, einen Haufen Geld und letzten Endes ist es dann so, dein Anspruch auf diesen Unterricht ist vorbei und du hast kein Ergebnis erzielt und du hast auch keinen Anspruch mehr auf diesen Unterricht und dann bist du wirklich auf dich alleine gestellt. Und deshalb ist meine persönliche Meinung wirklich aus diesen genannten Faktoren, diese Präsenzlehrgänge sind am Aussterben, kleines Einzugsgebiet, dann gibt es viele verschiedene Kurse, also die Kurse finden teilweise dann gar nicht mehr statt. Wenn sie stattfinden, dann haben wir das Problem, dass wir viele unterschiedliche Dozenten haben, da gibt es halt gute und es gibt halt nicht so gute, wie bei allen, ja, dann haben wir praktisch auch dieses Lerntempo, was vorgeschrieben ist und das ist halt sehr statisch, ja, wenn du da halt mal nicht kannst, dann verlierst du halt schnell den Anschluss und kannst dich auch über so eine lange Zeit wahrscheinlich gar nicht richtig motivieren, da wirklich am Ball zu bleiben und wenn du dann praktisch diesen Präsenzlehrgang besucht hast oder nicht besucht hast, weil dir mal was dazwischen gekommen ist, über ein Jahr oder zwei Jahre, ja, dann ist es halt leider so, dass du die Prüfungen antreten kannst oder auch nicht und dann war es das, dann bist du auf dich alleine gestellt. Die Unterrichtszeit ist dann vorbei und aus dem Grund ist der Präsenzlehrgang wirklich am Aussterben und aus diesen Problemen raus haben wir dann auch praktisch unseren Online-Kurs gebaut, wo wir wirklich Leute online erfolgreich weiterbilden, aber das Ganze nicht nur irgendwie in einem Online-Videokurs, nein, sondern auch wir haben einen sehr, sehr, sehr persönlichen und regelmäßigen Austausch immer mit den Teilnehmern und wir begleiten sie wirklich so lange, bis sie alle Prüfungen erfolgreich bestanden haben, ja. Und wenn das jetzt wirklich für dich interessant klingt, dann hast du die Möglichkeit, in ein Beratungsgespräch zu kommen, weil in dem Beratungsgespräch, da geben wir dir wirklich Schritt für Schritt mit, wie du dich einfach und effektiv erfolgreich weiterbilden kannst, ja. Wir schauen uns wirklich deine individuelle Situation an, wir planen mit dir die Weiterbildung, über welchen Zeitraum, aber wenn etwas dazwischen kommen sollte, hast du halt bei uns auch wirklich die Erfolgsgarantie, bis zum Ende erfolgreich weitergebildet zu werden, ja. Und wenn es jetzt für dich interessant klingt, dann geh auf patrickkrabowski.de, ja, auf die Webseite und trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch, dann melde ich mich auch persönlich bei dir. Bis dahin, dein Patrick. Ciao. 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 Ciao.